Sie suchen eine individuelle Kunststoffverpackung für Ihr Produkt? Möchten, dass Ihre Waren sicher beim Kunden ankommen und im besten Licht präsentiert werden? Dann sind wir von SCARFA Thermoforming der richtige Partner für Sie. Ob Kunststofftrays, Displays, ESD-Werkstückträger oder Blisterverpackungen, wir helfen Ihnen dabei, Ihr Verpackungsproblem zu lösen. Und so funktioniert unser Service. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und wir erarbeiten ganz nach dem individuellen Bedarf Ihres Unternehmens ein maßgeschneidertes Produkt. Im Anschluss erstellt Ihnen unser Zeichenservice unter Verwendung von SOLIDWORKS eine technische Zeichnung der Blisterverpackungen oder Kunststofftrays. Dann erhalten Sie zeitnah eine kleine Anzahl an Musterstücken, die uns dabei helfen, ein makelloses Endprodukt herzustellen. Sind die Muster von Ihnen freigegeben, erstellen wir das dazugehörige Aluminiumwerkzeug. Dies wird auf eigenen CNC-Fräsen angefertigt und bearbeitet. Ist das Tiefziehwerkzeug einmal erstellt, kann es losgehen. Wir produzieren die bestellte Menge Ihrer Kunststoffverpackung und kontrollieren diese. Im letzten Schritt kümmern wir uns um die Logistik der individuellen Verpackung und können bei Bedarf Ihre Ware auch direkt zu Endkunden anliefern. Sie haben Fragen zu unserem Service? Kontaktieren Sie uns. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch, um gemeinsam die beste Verpackungs- oder Transportlösung für Sie zu finden.